Hallo meine Lieben, ich habe mich ewig nicht gemeldet, aber jetzt lebe ich ja nun fast drei Jahre hier in Thüringen, ein Jahr in einem süßen kleinen Dorf, zwei Jahre hier in Erfurt in der Hauptstadt und habe diese wundervoll herausfordernde, konstruktivistisch umgedeutet werden könnende Wahl hier erlebt, welche mich dazu ambitionieren ließ, Texte zu schreiben. Diese lade ich euch hier jetzt hoch, ich hoffe sie gefallen euch. Ich habe zwei, drei Nasen, die mir raten, das auf Instagram zu machen. Auch dahingehend würde mich eure Meinung interessieren. Aber erstmal willkommen zurück auf einem völlig verschneuchten Kanal, der gerade wieder aufwacht. Ich habe zwei, drei, 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 drei Vielen Dank.